ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin beim Schmarrzehörig, ich bin hier und es gibt mir das wieder für PS5. Lass geht's! Poulade und Rochane wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Das war nicht schön. Ich dachte, da habe ich noch etwas gesehen. Das war nicht so gut. ... ... ... ... ... ... ... ein an alle stelle würde ich dasselbe tun ein heuer ist nur so stark wie sein schwächster soldat friede sei mit der bassin friede sei auch mit dir ahmad wie war deine reise ich bin abu djafar ach ja entschuldige gibt es ein problem noch nicht aber wir haben herausgefunden dass ali eine abmachung mit nur treffen wollte um den aufstand im austausch für seine hilfe zu versorgen er ordnest ihm ein dorn im auge ja aber ali hat es auf das kalifat abgesehen er wird wollen dass wir uns an die abmachung halten hast du neuigkeiten für uns unser ziel heißt el ruhl ersetzt gefangene und arbeiter für grabungen um bagdad ein ali und einige seiner männer wurden gefangen und markiert mit beschis hilfe konnte ich sie befreien aber ali wurde zur befragung woanders hingebracht einer der aufständischen zeigte mir sein mal wenn diese liste der gefangenen stimmt wurde ali zum gefängnis beim bep dimasch gebracht wo sind diese aufständischen jetzt bei einer wassermühle am nördlichen stadtrand ich werde sie aufsuchen sehen was ich über diese abmachung erfahren kann du suchst nach ali das gefängnis am bep dimasch ist das am besten bewachte gefängnis bagdads das wird eine herausforderung das kann ich dir sagen ich kundschafte voraus wir treffen uns beim hauptor des gefängnisses einen augenblick bevor du gehst ich habe ein paar nützliche gedanken anzubieten ich bin ganz ur als erstes ist hier eine tafel mit informationen die wir von unseren spitzeln in der stadt erhalten wir für einen blick darauf wenn du zeit hast dann gibt es in diesen landen eine fülle an materialien um deine waffen zu verbessern der schmied johar hier in der nähe könnte dir dabei helfen und schließlich bin ich bei werkzeugverbesserungen für dich da bringe mehr materialien und ich sehe was ich tun kann das mit der aufwertung jeder einer jeder keine hilf mit hilf mit aufwertung jedes deiner hilfsmittel kann aufgewertet mit verschiedenen effekten angepasst werden um ein hilfsmittel zu besuchen die banu usa im kundschaftshaus der verborgenen die dienstleistung kostet eine bestimmte menge materialien für bessere wangen ok mhm da habe ich die dings äh das habe ich gut finde ich auch ich glaube ich kann es besser es besser es ist er der andere spätten kreide 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 kreideide wie immer danke abu jaffer auch angepasst ok muss ich schon mal Függle, Auftrag auf Függle. Aufträge, Aufträge von verschiedenen Tonnen Paktas findest du auf dieser Tafel. Sie abzuschliessen ist eine grosse Möglichkeit, den Sput einzustellen. Hmm, Kodex fährst du mehr über Faktas. Mal gehen noch mehr ADK konstruiert, im Nachforschungsmenü ansehen. Okay. Ui, ich kenne schon da, okay. Niemanden töten, ok. Sorry. I'm going to die. Ja. Oh, man. Ah, du bist so drang, er sitzt da, ne? die hälfte meiner zehn Für dich. Na, bist du von uns, ne, wenn ich's nicht weg. Nein, du bist zu. Nein, du bist zu. Nein, du bist zu. aufgebraucht, sie wird durch Ausweichen, Verbrauch hast du kein Trauer konstruiert und Ausdauer fühlt sich mit der Zeit, oder durch Verlierung, okay. Du wirst leiden! Ich wacke dich ane! Baaah! Hey, und ich misch barriere, jetzt nicht Zeit! Baaah! Vor uns kann sich nichts verstecken! Sei gegrüßt! Auf eine Gute! Ich bin so weit! 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 drove es! plotting Hopefully Candel Jammer Jetzt Oh, 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 oh. Ich weiß, er war damit beschäftigt seiner Hose. Er kam mit dem Emir von Berga, 38, habe ein Speer in den Rücken bekommen, hatte großes Glück, doch ich lag den ganzen Wind an. Hey, gib ihn! Kuss! Uh! Kuss! Woh! Uh! Oh! was ist das jetzt? ist das gut, né? oh oh ist das gut, ne? oh hm Hmmmm Das wird schon sehr gut sein, denn ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht ändern Ich war gestrickt an. Keine Achtung für das Gesetz. Die Wachen werden gut aufpassen. Keine Achtung für die Wachstöte. Nein! Es ist so! Ja, es geht zu den ganzen Dagen, hm. Uh. Uuuuhh! Trezitta für Kolo! Und wenn Sie mir noch zu sehen, dann können Sie sich schlecht ich falle besser nicht auf Ich habe auch die die lasse die die Lass mich nicht mehr mit dem Ich bin der Kuss Ich bin der Kuss Ich bin der Kuss Das ist ein Schwer Ich bin der Kuss Ich bin der Kuss Berasum trufarauta Das war's für heute. Eikon, das ist der Bara. Aber, 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 nein, das glaubst du nicht, ich drücke viermal und Frank Liff, nicht? Ich werde dich zertreten. Was? Bleibt ruhig. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What? Oh, my God. It's very good, it's very good. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Wir haben also welche gew herkes. Jawohl, der Glamm ist gar nicht zu schocken. Okay. Das ist wahrscheinlich noch eine Drei in der Heim. Der Warte kommt in den Tuck, ey. Gut. Was ist das? Oh, ja, ja, ja. Das ist ein hartes Fakt. Sei gegrüßt. Schön, dich wiederzusehen, Basim. Ich habe etwas für dich. Ansehnliche Beute. Gut gemacht. Bis dann, Sadiki. Pass auf dich auf, Basim. Danke an das Video. Ich hoffe, dass ich die Chwaue. Die Blatt ist die Chwaue. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.